Ich habe die aktuellen Zahlen. Die etablierten Parteien lassen uns mal weg. Die Piraten stehen bei 4 Prozent. Die AfD, also die Alternative für Deutschland, bei 2 Prozent. Wie viel Luft ist da noch nach oben? Wie sind die Chancen? Also bei der AfD wird es sicherlich darauf ankommen, wie weit sie in den nächsten Monaten zeigen kann, ob sie in der Lage ist, eine Partei professionell aufzubauen. Das ist insofern jetzt ein bisschen anders als bei den Piraten. Bei den Piraten war es, glaube ich, nicht so problematisch, wenn es da ein bisschen chaotisch verläuft, weil die Wählerklientel der Piraten eben eine andere ist als der normale gesetzte Bürger, der sich Sorgen um den Euro macht. Das heißt, jemand, der von der CDU, von der FDP, von der SPD kommt, der möchte es ja schon, dass das alles irgendwie geordnet zugeht. Wenn man da also chaotische Parteitage abliefern würde, würden die Leute wahrscheinlich sagen, wir möchten zwar, dass sich jemand gegen den Euro engagiert, aber wenn das so wackelig und chaotisch ist, dann will ich ja meine schöne Währung und mein schönes Geld nun auch nicht denen anvertrauen. Also insofern kommt es da viel mehr als bei den Piraten auf ein gewisses Maß an Solidität an. Dann allerdings hat die AfD den Vorteil, dass sie thematisch ein Alleinstellungsmerkmal hat mit dem eurokritischen Kurs. Und dann hat sie eben den Vorteil, dass sie von allen etablierten Parteien Skeptiker zu sich herüberziehen könnte. Also sie fischen anscheinend von Seiten des AfD in allen Gewässern, in allen Parteigewässern herum. Wie reagiert man denn im politischen Berlin bei den Parteien? Denn es könnte ja passieren, dass es eine ernstzunehmende Kraft werden könnte, dass vielleicht sogar eine Fünf-Prozent-Hürde geschafft würde, wäre ja nicht verwunderlich. Dann wäre sie ja eine, ja zumindest mitsprechende Kraft im politischen Deutschland. Also die Bedeutung der AfD, je nachdem wie stark sie aus den verschiedenen Parteien Wähler anziehen könnte, kann natürlich auch schon unter der Fünf-Prozent-Hürde entstehen. Wenn sie beispielsweise Union und FDP deutlich mehr Wähler abspenstig machen könnte als der SPD, dann würde der vielleicht kleine Vorteil, der sich für Schwarz-Gelb in den letzten Monaten herausgebildet hat, plötzlich natürlich irrelevant werden. Zum Beispiel, er würde dann wieder abschmelzen. Da ist ein wichtiger Punkt. Die Parteien, die etablierten, sind sich noch nicht so ganz schlüssig, was sie mit der AfD anfangen wollen oder sollen. Erst hat man versucht, es völlig zu ignorieren. Nein, das klappt nicht. Und jetzt läuft ja gerade in der Union eine Debatte, soll man da ganz vehement entgegentreten, um einen ganz klaren Trennungsstrich zu ziehen, also es immer ganz plakativ zu machen, für Europa und gegen Europa, also gar nicht nur um die Frage Euro, also die AfD darzustellen als Europa-Gegner, was sie gar nicht sind. Oder ob man versucht, sich vorsichtig ein bisschen anzunähern, etwas moderater zu äußern, damit man eben diejenigen Wähler, die schwanken, die eigentlich vielleicht Union wählen möchten, aber beim Thema Euro so skeptisch sind, dass man die nicht völlig verprellt. Denn wenn man da eine ganz klare Trennung zieht, das ist eben auch die Sorge einiger Parteistrategen, dann treibt man die Leute ja erst recht zur AfD, wenn man also ganz deutlich macht, Euro, da gibt es keine Debatte. Das hat es schon öfter gegeben. Wir sind gespannt auf die nächsten Wochen. Danke für heute und für den Moment. Henning Krummrei von der Wirtschaftswoche.